Ich habe es gesehen. Was war das? Den muss ich mal ablenken kurz, weil ich... Ich gehe mal hier kurz rein, ich habe da was gesehen. 209 Gold, äh Gold. Dollar. Hm. Was passiert hier? Lass das sich ablenken. Das war doch gerade eben noch aus. Das Gebiet ist gesperrt. So. Guck mal, oh da steht auch ein Polizist. Warte mal, wir hätten vielleicht hier lang gehen müssen. Vielleicht doch. So, den muss ich mal ablenken. Den muss ich mal ablenken. Okay. So. Wir haben es ja raus geschafft, das ist ja der Aiden. Der Hauptcharakter würde ich sagen. Sieht auch sehr cool aus. Römer. 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 Drömer. Okay. Two out folks, something is going to get soon and it could go either way. That's what coming for now. The Nova Pitcher, that's a big hit! Ah. Okay. Kamera hacken und dann kann man jetzt, wenn man in der Kamera ist, kann man jetzt zum Beispiel... Gesichtserkennung ist viel geschlagen, lustig. Ähm, ja. Gehen wir zur nächsten Kamera. Oh, da ist Geld. Das klingt, ähm... Gehen wir mal zu der. Oh. Was ist das für eine Schwachstelle? Switch, Konsole hacken, um angeschlossene Objekte zu aktivieren. Ach, die Tür oder was? Okay. Das kann man noch so machen. Guck mal, steht auf Vorbefürdung. Aha. Reinkommen. 44.000. Äh... Ja gut, durch die Wand kann ich jetzt nicht gucken. Heh. Ah, mit den Dingen habe ich die Türen trickelt. Gut, 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 gut. So, das könnte ich eigentlich... ...enden. Und dann... Ja. Ja. Da komme ich... ...hier durch. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Ehe. Halten, um das Waffenrad zu öffnen. Ähm... Tab. Ähm... Geh. Herzustellen. Ach, ein Köter. Aha, interessant. Cool. Loslassen. Und jetzt geh. Für Köter. Geh. Gedrückt halten, um... Da hin soll ich hinwerfen. Okay, genau da. So. Okay. Schluck den Köder. Okay, das Geld wollte ich unbedingt haben. Ist vermutlich nichts. So. Kann ich den hacken? Äh. die kann man die kammer ich denke ich kann man ich will die nicht ist gut güter könnte ich noch ein guter stellen alarm wort eine karte lang bereitschaft ist es bewegte sich habe ich glaube zu lange zeit gelassen mit den köder und dies und das ja komm weg 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 nice eingang ja ein wieder zack Das ist doch scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Weißroll? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich Wippkarten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit denn? Ey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gibt Ihnen nichts, was Sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich gehe erstmal... Hey, findet ihr das auch alle? Ich will diesen Finger im Internet sehen. Ich brauche keinen Ausweis. Dann lächeln wir zwar nicht, es geht aber besser ohne. Oh, verbinden. Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu... Ah, den kann ich jetzt hacken. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Weil man fixieren. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Äh, Moment, warum bewegt das? Das ist komisch. So, ist ja so ein Odd-Tutorial, ne? Okay. Hm, ich überlege gerade, was ich so machen soll. Ähm. Habt ihr doch theoretisch gehackt, oder? Denjenigen jetzt hier. Also genau verstehe ich das jetzt nicht, so wie das funktioniert. Hm. 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 Also ich muss die Kamera... Komm, 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 jetzt. Und jetzt, ich müsste eigentlich nur fixieren, ne? Um die Rechtsklick nichts. So, kann ich ja nicht raus und rein zoomen, sonst ging das mit den Kameras. So. Hm. 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 Tja. Oh, Moment. Ich will gar keine Waffe haben Dich Komm, komm, komm Ich komme auch so vorbei Obwohl ich eigentlich Ja Muss man haltet können Oh, Geldautomat Interessant 120 Dollar nur Also Ein bisschen wenig, ne? Bad Boy Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen Ich will den Strom ausschalten und dann rausschlechen Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe Die Security muss ja Zugang haben Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit Also den Wachmann mit den Zugangspunkt finden und hacken Okay Soll der nicht schießen? Der soll mal die Waffe wegnehmen Steuerung Was haben wir denn hier? Zu Fuß Allgemein Hacken Puffiler Focus Focus? Okay Das Ach, deswegen hieß das Fokussieren Hab ich da vorhin irgendwas gelesen? Ähm Oder? Muss ich mal gucken Also Steuerung Fokus Good Smartphone Aha Karte Inventar Sturmwaffe Ausrüst Pistole ausrüsten Schottwinder Sonderzeichen Hm Geht wegwerfen Tool benutzen Please Nicht so sorgen Ähm Aber die Waffe wegnehmen Ah, hier T Interessant Gut T, T, T T